Ach ja, Gemetzel vor uns. Willkommen zum Letzmetzel. Ja, okay, der war schwach, ich weiß. Ähm, äh, äh. Haben wir noch Pfeil und Bogen? Ah, sehr gut. So schön effektiv und so schön leise. Und so gar nicht... Ist der auch krank? Der sah ja fast normal aus. Okay, ich krieg mal hinter die Mauer da. Ja, wir gehen wahrscheinlich gleich drauf. Hab ich ne Bombe? Äh, zack. Nee. Nee. Mist. Okay. Der sieht doch fast normal aus, der Typ. Ah! Ah! Scheiße! Wie soll ich denn gleichzeitig mit der linken Hand lenken und laufen und mir ne andere Waffe aussuchen? Das ist nicht möglich, technisch. Ah! Seht ihr, was ich meine? Also, ich brauch meine linke Hand jetzt, um zu steuern, ja? Da kann ich doch nicht ne Waffe aussuchen. Ah! Hau ab! Was hab ich denn jetzt hier in der Hand eigentlich? Immer noch Pfeil und Bogen. Warum? Ich wollte was anderes. Ey! Nein! Komm, 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 komm! Oh, Ellie hat ne Waffe. Ih! Der schleimt. Äh, äh, warte. Hilfe! Mein, da... Lebt die immer noch? Ist doch nicht wahr! Okay. Ich glaub, ich spiel noch keine Minute und bin schon völlig fertig. Oh, guck mal, ein Kuscheltier. Ich hab auch immer noch Kuscheltiere. Ich geb's zu. So ein paar Ausgewählte dürfen bei mir übernachten. Okay, es geht nur entweder Kriechgang oder so schnell, dass einem schlecht wird. Ja, ich motz immer so viel, es stimmt. So. Geht aus dem Weg, Hush. Was geht denn hier noch so ab? Nix. Was machen wir hier? Ah, da. Ellie, run! Run! Wo kam der denn her, ey? Hau ab! Nein! Was soll denn das? Ich bin tot. Shit. Wieso? Weiß ich denn davon nix? Wieso ist meine Taschenlampe an? Da ist doch nix. Was bin ich das? Guck mal. Oh, na gut. Also, ähm, wieso hab ich jetzt eine andere Waffe? Weiß ich nicht. Weiß er auch nicht. Okay. Ach, ich hab ein Messer. Guck mal. Mein Messer, das Ding, was ich gefunden hatte, das ist ein Mehrfachmesser. Aha. Das ist natürlich sehr gut. So, wie killen wir die denn jetzt mal? Wir kriechen hier mal so hin. Hau ab! Oh, was ist denn hier los? Nein, geh weg, geh weg! Toll. Super. Ja, lade, komm, lade mal erstmal ganz in Ruhe deine Waffe. Ah! Äh, äh. Ist ja eklig. Hau ab! Oh, wir sind ganz schön tot. Warte mal. Mhm, total einfach. So. Wieso? Also, okay, hier. In das da. So. Und jetzt wollte ich aber das. Und gibt's da noch mehr Munition? Nein. Also müssen wir die auch ändern. In... Boah, das nervt. So. Nein. Immer noch nicht. Also wirklich. So, jetzt. Und dann nimm dir mal die Zeit und lade mal, weil... Sonst... Ihr habt's ja gesehen. So, hier liegt Gehirn. Ja, aber echt eklig. Eklig. So, ich guck nochmal eben, ob ich hier was liegen gelassen hab. Nö. Wo kam die denn her? Hm. Na gut. Ich habe jetzt die langsamste Pistole der Welt. Was? Wo? Taschenlampe. Wo ist denn die Leiter? Wo ist denn Elli? Wo ist die Leiter? Wo ist Elli? Wieso hab ich das nicht gesehen? Da. Wieso bin ich denn hier nicht lang gegangen? Manchmal weiß ich auch nicht, was ich tue. Hopp. Wie er das Gesicht verzieht. Ey, was wiegt sie? 5, 10 Kilo? Ich habe heute meinen Motztag. Tja. Ähm. Tut ihr irgendwas? Oder soll ich auch raufkommen? Ach, guck an. Wie ist er denn da raufgekommen? Ach, er ist da raufgeklettert. So schnell. Ich war einfach nur zu langsam. Oh no. Hier ist doch ganz gut. Okay, vielleicht war meine Taktik nicht so gut. Vielleicht war meine Taktik aber auch gut. Oh, komm schon. Ah, toll. Kommen jetzt so viele, dass ich, dass ich die, ähm, dass es gar nicht mehr aufhört. Muss ich jetzt wegrennen? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Kann mir mal jemand helfen? Also von meinen anderen. Ah, toll. Hm. Okay, wir machen das mal anders. Ah, ja. Ähm. Hilfe. Geh da rein. Oh. Ihhh. Und dabei wird man nicht infiziert? Tja, jetzt hab ich leider meine Munition verschossen. Oh. Was? Ist ja ungeil. Ähm. Naja, wenigstens... Wenigstens das. Okay. Danke. Okay. Tja, das ist, äh, hm, ja, verstehe. Hm. Hm. So. Wir kriegen ja vielleicht nochmal, ihr wisst schon. Achso, das ist nur eine Flasche, ne? Kein Molotow-Cocktail, okay. Zwei Patronen, wow. Scheiße. Den da oben? Ist das eine Fertigkeit, die ich jetzt hab? Ich hab ja noch ein Messer, ne? Das heißt, ich könnte den da mit dem Messer erledigen. Hm. Hm, super. Ich glaube, ich hab noch ein Messer. Wir werden es jetzt sehen. Ja. So. Das war's mit meinem Messer. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Nein. Wie der immer meine Aorta rausreißt. Wie unangenehm. Okay. So. Na, die ist ja eh so nutzlos. Komm, schau, 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 schau. Was war das? Wieso bin ich tot? Was? Was? Äh. Wieso? Wieso? Shit. Das ist nicht fair. Ich war doch noch voll am Leben. Wieso bin ich tot? Versteh nicht. So, okay. Das ist ja auch die langsamste Waffe der Welt. Hey, der Bogen. Ich nehm den Bogen. Gute Idee. Der ist leise. Und sehr effektiv. So. Und jetzt schalten wir mal das da aus. Oh, cool. Was ist es? Ah, ähm, na gut. Aber jetzt will ich ja erstmal das da ausschalten. Mist. Okay. Aber immerhin haben sie uns noch nicht gesehen. Ist ganz gut, oder? Okay. Ich hab zwar sieben Pfeile verschossen, um einen Feind zu treffen, aber na komm, ich üb noch. Was ist da los? Was ist da los? Ja, ich kann jetzt nicht. Ich muss Sachen einsammeln und mich umgucken. Was ist da los? Okay. Entschuldigung. Und die sieht sehr gut aus. Was? Yippie? Zweiter Versuch. Hallo? Oh, das geht wieder los. Ach, haben sie mich nicht gesehen. Ich hole mir mal hier diesen Prügel. Und das da. Komm mal hier rein. Geht's hier lang? Na ihr? Zwei Patronen habe ich noch. Wer will? Ah, ich habe sogar noch... Nein, ich habe nur noch zwei. Und welche für den langsamsten Revolver der Welt. Ach, guck mal, jetzt lädt er den mal vorher auf. Das macht natürlich Sinn. Vielen Dank. Ja, ich weiß, ich muss das machen, aber ich vergesse es halt. Und dann ist natürlich das Spiel schuld. Wer sonst? Ich finde das logisch. Guck mal, Sport-Trophäen. Ich habe auch ein paar Sport-Trophäen von meinem Pferd. Weil es hier das beste Pferd der Welt ist. Wer will denn da hin? Na gut. Oh. Hm, der ist nicht so schlecht, seine Teppichrolle. Ich rolle. Oh nein. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Ja, und wieso? Was ist das? Was? Ihhh, was macht er denn? Ihhh, was soll ich tun? Einige Fazierte haben übergroße Pilzplatten, die ihn als Schutzpanzer verwenden. Sieh, du weißt schon. Na, äh. Okay, also hier so ein Typ. Äh! Und ich werde jedes Mal ein bisschen schwächer. I see. Oh Mann ey, hau doch ab! Äh, äh, äh. Warum? Der wirft immer irgendwas nach mir. Hier lag doch eben noch Munition rum. Komm mal, nimm mal! Was? Follow me? Ihhh! Ihhh! Au! Nein, wir werden sterben. Das ist ja widerlich. So, L nach hinten gedrückt. Und X führt eine schnelle 180 Grad Drehung aus. Und? Dann sind wir halt von hinten tot. SIGHS 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 Was ist das? Oh Mann, ich hab zuerst geschossen! Ich hab zuerst geschossen, ehrlich! Ah, es schleimt! Naja, toll! Immerhin muss ich's diesmal nicht sehen! Oh, deprimierend! Ah, da ist schnell weg hier! Ah! Okay, das ist zu nah, ich seh schon! Ich dachte, wenn ich nah rankomme, dann richte ich natürlich auch mehr Schaden an, aber das Spiel macht da nicht so mit, wie ich das will. Guck mal, es ist so ein Zufallsprinzip, was man an Munition... Oh, hau doch ab, ey! Was man an Munition so kriegt. Find ich ja gut. Oh nein, es hat mich! Was ist denn das eigentlich für eine Pilzreinkarnation? Ich mein, sind das zwei Leute, oder? Guck mal, das Spiel gibt mir immer mehr Munition, weil es sagt, das wird sonst nix. Oh, kann sich mal jemand anders um die hier kümmern? Okay, wir sind eh gleich tot. Äh, hab ich noch sowas, äh, gesundheitsmäßiges? Ah! Jetzt ist ja auch egal. Ich brauch einfach zu lange. Okay, ich werde mal gucken, ähm... Ob ich das einfach mal... Oh, was, ey! Oh, Mann, ey! Kann ich jetzt mal irgendwie hier zu irgendwas kommen? Hahaha, ich werde sterben. Ich hab nicht mal Zeit, mir Gesundheit zu machen. Wo ist das Pilzding? Da hinten. Ist es verletzt? Heilt es sich gerade selbst? Alley, gut! Toll. Soll ich mal das Gewehr wechseln? Hmm. Immerhin lebe ich immer noch. Vielleicht nicht mehr so schrecklich lange, aber... Oh, super! Gar keine Patronen mehr. So, was nehmen wir denn jetzt mal? Wollen wir mit Flaschen nach ihm werfen? Achso, das ist ja das langsamste Gewehr der Welt. Hm. Hat es überhaupt Schaden genommen? Ich frag nur. Ja! Es liegt! Blöder. Okay. Warte noch. Ich muss noch ein bisschen einsammeln. Wir sind pleite. Okay. Hallo. Was sind das denn für lustige Bodendinge? Guck mal so. Sporen. Ah, Zeug. Wie war's voll? Soll ich mal irgendwas machen? Hier, guck mal. Sowas können wir machen. Keine Lumpen mehr. Keine Lumpen mehr, okay. Ach, Mist. Eine Klinge. Nahkampfverbesserung. Ne, Klinge ist besser. Okay. Krass, ne? So, Jungs. Wo geht's lang? Hier? Ah, da so. Guck an. Äh. 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 Let's go, people. Hits. Oh, wass? Nein! Oh, ey. Mann, ich komm zu nix hier. Ja, ich auch. Ich komm zu nix. Ja. Aber hey, ich hab mal... dieses... diese schnelle Drehung benutzt, glaub ich. Oder? Ich hab die Taschenlampe angemacht. Ich konnte's so schnell nicht erkennen. Wahrscheinlich hab ich die Taschenlampe angemacht. Hopp. Hopp. Der stresst so. Was? Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich brauch unbedingt irgendein Einhorn-Spiel danach. Ich hab das nicht mit der Arbeit. Ehhh, waaaah. Ah. Ich hab das nicht. Frank. Wer ist Frank? Ich bin mein Partner. Oh. Oh. Er ist der einzige. Er ist der einzige Idiot, der es sich trägt. Das ist der einzige. Hm. Fuck Das ist ein Motor Dann wissen wir auch, wer das Zeug geklaut hat Ja, echt Ja, ich find's gut Mein Auto muss hier an Dauer zu starten Ich geh auch mal gucken, ob ich hier noch was finde Guck mal Jupp, ich schätze, das ist genau das, was Frank im Sinn hatte Guck mal hier, 14 Dinger Und, aber wir sehen gesundheitlich nicht mehr so richtig gut aus, ne? Wenn ich mich nicht selbst heile, erholt sich meine Gesundheit dann? Oder nicht Ja, 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 ja Ich muss erstmal mich rumgucken bei Frank Zeug Meine Güte, war das gerade Hans? So, dann können wir ja jetzt mal wieder was bauen Nee, können wir nicht Wir brauchen Lumpen Fuck Entschuldigung Kann ich auch nicht 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 Achso, wartet Was ist hier mit Kann ich auch nicht Das ist ja aber echt ein mühseliges Aufgesammel hier Was wir hier machen Bis wir mal so ein So ein Mini Ah, ein Lumpen Ähm Was bekommen Aber ich hab mir gerade meine Frage selbst beantwortet Guck mal rechts Meine Gesundheit sieht jetzt schon wieder viel besser aus Ich muss einfach nur lange genug am Leben bleiben Verstehe Franks Nachricht Das interessiert meine Güte Die schreibe einen Text Well, Bill Ich bezweifle, dass du das hier jemals findest Ähm Weil wir zu viel Angst hatten, um jemals In dieses Ende der Stadt zu kommen Aber wenn du aus irgendeinem Grunde doch hier sein solltest Möchte ich, dass ich wissen Ich habe Möchte ich, dass du weißt Ich habe dich gehasst Ich hatte die Schnauze voll Von dir und dieser bescheuerten Stadt Und ich wollte mehr vom Leben als dieses hier Und du konntest mir das nicht geben Waren die ein paar Und diese bescheuerte Batterie, die du aufbewahrt hast Ich habe sie Aber ich glaube, du hattest recht Bei dem Versuch, diese Stadt zu verlassen Werde ich wohl sterben Aber das ist immer noch besser Als einen weiteren Tag mit dir zu verbringen Geil Das ist reizend Reizend, dieses Spiel Das ist wirklich herrlich Ich muss unbedingt irgendwas mit Einhörnern spielen danach Oder besser noch mit Teletubbies Irgendwas Oder Glücksbärchis Glücksbärchis wären toll Gibt es ein Glücksbärchispiel? Ich brauche irgendwas Positives Das ist echt trist Okay, hier geht es nicht hoch So, mal gucken, wie wir hier rauskommen Okay, ihr Lieben Ich werde hier mal speichern Um mein Gemüt wieder zu erheitern Schreibt es mir gerne in die Kommentare Bis dahin versuche ich hier zu überleben Ich freue mich auf euch Bis dann Und dann geht es mir gerne in die Kommentare Ich liebe es Bis dann